ok ernsthaft du bringst das zurück wirklich effizient ist das ja nicht das wäre übrigens auch noch so eine coole idee nachher bei unserer burg denn außenturm hinstellen und den halt mit der burg verbinden was halt schade ist es gibt keine leitern im fenster bildchen aber keine leitern redder statuen können wir unseren bockhof und so ein bisschen säumen so brücke ist fertig das heißt ihr räumt hoffentlich das holz auf bevor ihr wieder arbeiten geht und ja das sieht übelst doof aus wie sie da mit dem baumaterial meinung tun aber wenn sie das glücklich macht so wir nehmen noch ein kristall ein was sollte das eigentlich reichen dass wir schneller leute kriegen ja da war das schöne geräusch und die können sich nicht entscheiden in welchem steinbuch sie arbeiten wollen so 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 jetzt sind wir bei dem steinbruch schon fast ganz unten so 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 und ja da müssen wir gucken wie wir hier alles wieder ein bisschen schöner eine ebnen hier wird auch fleißig abgetragen also das ist ein großbau vorhaben kann die weile dauern vor allem wenn man erstmal den baugrund ebnen muss so 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 tief maximal. Und ja, man sieht, wir verschwenden auch jede Menge Ressourcen hier eigentlich. Aber unsere Lager sind eigentlich gut gefüllt und wir brauchen für den Anfang nicht mehr. Steine haben wir auch jede Menge. Jetzt lasst es mal weiter gucken, wie wir dann unsere Türme bauen wollen. Also ja, was wir machen können, ist vielleicht so eine Form. Hm, so toll sieht das aber dann auch wieder nicht aus. Außerdem brauchen wir breite Seiten für Zugänge und so. Hm. Ja gut, das ist ein kleiner, leicht abgerundeter Turm. Wenn wir sowas an den dran packen, kriegen wir auch keinen runden Turm zusammen, nein. Das können wir eigentlich allgemein vergessen. Was wir allerdings machen können, äh, nicht so, nicht so. Falscher Stein. Na, das wird etwas zu groß. Nee. So, versuchen wir uns mal ein Pattern aufzubauen hier. Ja. 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 Also machen wir das nochmal erstmal auf die primitive Art. Dass wir unser Muster haben. Ah, Leck. Jetzt will ich der Lecker aber verarschen, ey. So, dein Steinbruch scheint schon down zu sein, ja. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Lassen wir sie da erstmal weiter so arbeiten. Genau so können wir das machen. Das war falsch, dahin. Ja, das sieht nach einem bluten Turmfundament aus. Ach ja, so kann ich die kopieren. Stimmt. Ach, so kann ich sie auch bewegen. Fängt an, die in den Blaupausen zur Auswahl hinzu. Ach so, ja. Ich kann die auswählen. Könnte sie kopieren. Will ich allerdings nicht. Wenn ich die in einen anderen Auftrag auslagern. Den Auftrag löschen. Jetzt habe ich nur noch den hier. Ich kriege erstmal keine Priorität, weil jetzt müssen wir... Das Ganze... Ich muss auch etwas anderes machen. Wir wollen ja, dass es ein bisschen wie Mauerwerk aussieht. Das ist jetzt nur die Frage, arbeiten wir... Wir... Also auf jeden Fall müssen wir mit den Teilen arbeiten. So ist die Frage, was sieht besser aus, wenn wir hier... Ich packe jetzt gar nicht. Ich kann mich nicht mehr ran. Ich kann mich nicht mehr ran.